hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder nach dem ticket und heute spiel war robots viel spaß und da sind wir schon mal wieder mit robots kommt schon auf der nette zeit ist das dritte mal in zwei wochen mal schauen ob ich verletzt man noch ein paar Dinge habe, ein paar Quests, ne ah ich habe Fenster aufgelassen so eilig ist es aber es werden ja bestimmt nicht allzu viele Autos lang fahren hoffentlich mal ein Glückskat ach mensch warum nicht ein weiter gut und dann würde ich sagen machen wir jetzt direkt den Kampf hier noch einmal die zwei buffs angebild über ein schnell Schlacht angemeldet und und dann geht es auch los mit einem Fernkämpfer und auch Das war's. 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 Das war's.